Ich mach schon mal die Insta-Story auf. Ja, holt die Handys raus, filmt den Idioten. Du machst das gut so, Bro. Ja, ja, wirkt ein bisschen harder halt. Okay, Hugo wird jetzt den Wasserbändiger machen. Einfach kompident! Da kommen gleich die Achterbahn runter. Ja, und jetzt? Es ist komplett last. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist. Ich muss mich umziehen. Ey, du kommst nicht mehr. Oh mein Gott. Er wurde gerade ausgeladen, einfach von einem kleinen Kind. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist. Scheiss. Hobby ist jetzt kalt.